Das ist hier Winshabel, links ist auch noch Bauernhof, hier Neubau, Winshabel. Da wollen wir ja wohl mal rechts rein fahren, so geht ja gar nicht anders. Heute haben wir den 28.03.2013, guck mal, das Kind da fährt 28, 27, das bin ich wohl. Winshabel, was ist denn hier, sind die vierten oder was? Gartenkolonie, da linke Seite. Ich schalte doch auch mal vor. Alles in den Gartenkolonie, so sieht man das aus. Hier wird noch was gebaut. Jetzt sehen wir das alles im Winter. Also jetzt eigentlich schon stilig, so links vorne nach Grande, aber erstmal rechts rein. Geht auch, rechts rein. Da kommt auch noch mal die Zabel. Jetzt haben wir das richtig zu fassen. Wachberg, Breta, Schweaufda, alles da. Das hat uns herzbekehrt, 28.03.2013. Alter Dorfdruck, sieht nicht super aus. Wir wollen auch heute alle Pizza und Döner haben. Da ist nichts mehr mit. Einheimischen Essen, nur das wollen sie nicht. Deswegen machen wir alle nicht. Wir fahren jetzt mal geradeaus. Das war mit Farbe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.